Okay, Auto anpassen, unverfälliges Preset, ja. Oh man, das ist cool irgendwie. Digga, moin Zauberer, alter. Top. Lass, lass, lass. Hä, ich hab nicht so... Ja, also... Boah, Junge, wir sind die besten Spiele, alter. Fatuman, ich weiß nicht, ich bin bei der hinten egal. Ja... Pakete macht das du. Ne, das hier. Hab'n Tor gemacht. Ja, sehr schön, Junge. An der Rumänien-Flagge hier. So, neues Auto, neues Glück, oder? Ey, Digga. Garage, Auto anpassen. Oh, Junge, das ist gar nicht so... Ne. Das Auto fühlt sich irgendwie komisch an, das ist einfach schneller als alle anderen. Dingshang China, Mann. Mal rein an den, Alter. Oh. Da rein. Rocket League vielleicht flüge... Ach, der ist auch so. Ja, was ist das eigentlich für das Spiel, leider? Spiel in den Pass, Junge. Oh, ich hab dich, Em, ja. Ja, sehr schön, Junge. Einfach irgendwie. Ich hab' halt nach rechts und nach links gedreht, Digga, weil ich immer diesen Band-Reset bekomme. Neues Auto, neues Glück. Oder was sagste? Ja, normal, neues Auto. Oh, Moin. Oh, Mann, Junge, ich werd' hier zur Pizza-Lieferung. Oh, schön, Connor. Jawoll. Auch nicht, Digga. Scheiße. Ich hab' das behindertste Scheiß Auto es gibt. Du hast die geilste Karriere, Digga. Oh, guck dir das... Feuerwerk. Seit wann hab' ich denn so Feuerwerk? Das geht voll, das ist so voll wie Stani. Oh, mate. Ohne Boost. Junge. Ja, ja, bei dem bleib' ich, Digga, das ist gut so. Ich leg' das aber auch anders durch. Ich leg' das aber auch anders durch. Und durch Aufgabe. Ich weiß nicht, Connor. Rein ins neue Auto, oder was? Ja. Oh mein Gott, nein, ich möcht' das Auto nicht. Neues Auto, neues Glück, wa? Okay, das nehm' ich. Ich bin vom letzten Jahr, genau. Nee, genau, Digga. Mach' mal halt das. Ich frage mal, du stehst im Finale, was sagst du dazu? Standst du da schonmal? Nee. Ein bisschen aufgehend. Flo, was sagst du eigentlich zum zufälligen... ...Preset? Das sieht gut aus. Sollen wir noch mal ändern, Flo? Ja, neues Auto, neues Glück, oder? Nein! Jetzt kommt Flo runter rein. Nein! Ja, Connor, Digga. Ja, wir sind Stream Team. Stream Team. So, weg mit dir. Das ist Abfall. Jawoll, Digga. Das, was so wichtig ist, ihn zu zerstören, ne, Digga? Ja, Digga. Na, du musst ihn treffen. Du bist Last Man irgendwann, ne? Oh, ne. So, das war eine Story. Wie man ganz einfach mit... ...zufälligen Presets... ...ohne Probleme... ...zunesiger werden kann. Danke fürs Zusehen. Ciao.